Diese Aufnahme hat aufgrund einer Fehleinstellung in meinem Aufnahmeprogramm eine schlechtere Qualität. Ich bitte, dies zu entschuldigen. Hallihallo und herzlich willkommen wieder hier bei Gothic 3, hier im tiefsten Winter, mit einer coolen, schweren Rüstung. So, ja, wir haben uns heute, oder ich hab mir für heute vorgenommen, dass wir uns für heute auf den Weg machen, für heute, um noch einmal für heute zu sagen, für heute. Um uns auf den Weg nach, ähm, Dingens drüben zu machen. Ähm, haben wir es hier. Unten in die Gegend da, denn dort soll sich das letzte Artefakt befinden, wenn ich mich richtig informiert habe. Bin ich mir nicht ganz so sicher, muss ich ehrlich zugeben, ob wir da schon waren, aber das werden wir sehen, wenn wir da ankommen und ich glaube eigentlich nicht. Zumindest waren die anderen Standorte mir um einiges geläufiger. Und ja, dann kümmern wir uns jetzt um das letzte Artefakt. Ich bin gespannt, wenn ich ehrlich bin, was danach so passiert und wie lange wir uns dann noch hier mit dem Spiel beschäftigen werden. Und, ähm, ja, ich weiß sowieso noch nicht, was ich alles noch dann machen will, wenn wir jetzt wirklich langsam Richtung Ende fortschreiten. Ich denke mal, jede Quest zu erfüllen oder sowas ist jetzt kein primäres Ziel oder so. Wow. Okay, das wäre fast in die Hose gegangen. Wir waren lange nicht hier und jetzt in dieser schweren Rüstung ist das bestimmt auch verdammt warm, aber wir haben ja zum Glück Nacht. Ich glaube, in den Wüsten ist es sogar nachts noch kälter als hier, oder? Sind Wüsten in der Nacht auch so scheiße heiß? Ich weiß es nicht mehr. Nach gefährliches Halbwissen ist immer gut. Vor allen Dingen, wenn man zwei gegensätzliche Sachen im Kopf hat. Aber ich meine eher, dass es in Wüsten kalt ist. Ist ja auch nicht so wichtig eigentlich. Aber wenn es einer weiß, kann es ja gerne kommunizieren. Dahin, okay. Ist ja immer interessant mal irgendwie so... Ja, wie nennt man das? Unnützes Wissen, glaube ich, ne? Ist ja auch so beliebt eigentlich relativ... Es ist mir relativ beliebt. Ui. Ist auch eine... Sache, die man bestimmt mal irgendwann gebrauchen kann. Beispielsweise, wenn man mal eine Reise in die Sahara plant oder so, dann weiß man, hey, sollte das stimmen, dass es nachts da kalt ist, packt man doch noch ein paar Decken ein. Auch wenn man vielleicht annehmen sollte, dass es die nicht braucht. Oho. Nein, hier waren wir nicht. Al-Shir-Dim gefunden. Das bestätigt das Ganze nochmal. Jetzt kommen hier so ein paar Erinnerungen von meinen alten Spielen hoch. Also, ich hab das ja schon mal gespielt, das Spielen. Und ich meine, hier bin ich auch schon mal zumindest kurzzeitig gelandet. Werden wir ja gleich sehen, was uns hier erwartet. Ob meine Erinnerungen da stimmen, kann ich euch ja dann sagen, wenn wir sie sehen. Teleportstein, das ist super praktisch. Ich bin begeistert. Das geht relativ fix. So, hier steht, hier sieht es aber ganz so aus, müssten wir hier einfach weiter. Und das hier sieht auch ganz klar danach aus. Dieser Sand hier ist, glaube ich, nicht sehr performant, muss ich mal so sagen. So. Hier hinten stehen auf jeden Fall wieder Zelte. Aber hier sind auch Viecher. Jetzt bin ich mir gerade nicht sicher, wer sich in diesen Zelten versteckt. Ui. Upsa. Vielleicht hätte ich das auch... Nein, 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 nein. Was ist das denn? Also, bitte. Okay, es sind Orks, das können wir auf jeden Fall schon mal sehen. Aber der hat mich jetzt gerade echt überrascht. Auf einmal war er da, dann habe ich den gejagt und hatte aber den Zauber nicht richtig ausgerüstet. Und, äh, und... Meine Güte, so, ähm... Moment, jetzt hätte ich fast die falsche Taste gedrückt. Das ist die Aufnahmetaste, dann muss das der Schnellkünderspeicherknopf sein. Ich habe recht, ich habe recht, dass ich das echt nach über 150 Folgen sind, glaube ich, auf jeden Fall. Doch, müssten wir sein. Immer noch nicht, äh, sofort weiß, ist echt peinlich schon fast. Na ja, gut. Machste nix, ne? So, okay. Auf jeden Fall müssen wir jetzt mal gucken, was ist denn noch ein Söldner, ne? Lester, ach, den kennen wir doch. Hatten wir den in dem Teil auch schon? Doch, klar, ne, am Anfang. Hey, Lester, wie ist es dir ergangen? Die Orks haben mich am Pass aufgegriffen und durch die Wüste geschleppt. Erst haben sie mich buddeln lassen. Aber dann haben sie mitgekriegt, dass ich die alten Tafeln lesen kann. Das hat mir so eine Art Sonderstatus eingebracht. Mann, die Tafeln sind super. Steht zwar viel Unfug drin, aber ich merke, wie meine magischen Kräfte wachsen. Ich spüre sogar die Magie, wie sie durch die Ruinen fließt. Ich habe Tamkosch das mit den Schlüsseln gesteckt. Jetzt will er, dass ich ihm den Tempel öffne. Cool. Hast du Steintafeln? Hier, nimm. Die kenne ich schon. Sehr nett. Supi. Hast du schon Schlüssel gefunden? Dachte ich mir doch, dass du deshalb hier bist. Einen habe ich gefunden. Bei den Ruinen der Heiler. Pass auf. Tamkosch will das Artefakt für sich. Also wenn wir in den Tempel gehen wollen, sollten wir ihn und seine Orks erst loswerden. Gib mir deinen Schlüssel. Hier ist der Schlüssel für den Tempel. Ich bin bereit, dir zu folgen, wenn du meine Hilfe brauchst. Weiß ich. Vielen Dank. Hast du einen Plan? Wir werden die Hilfe der Nomaden brauchen. Darum solltest du dich kümmern. Saturas ist auch hier. Er wird dir bestimmt helfen. Verstehe. Zur Vervollständigung Saturas, wenn ihr den nicht kennt oder wir dem noch nicht begegnet sind, das ist ein Wassermagier, den wir in den vorherigen Teilen kennengelernt haben. Aber ich denke mal, da werden wir, wenn wir in den Treffen auch noch zukommen. Hier scheint nur dieser hier richtig wichtig zu sein. Was macht ihr hier? Wir öffnen den Tempel, Mora. Und du? Warum hast du keine Schaufel und buddelst? Äh, nö, will ich nicht. Danke. Muss mal grad gucken. Ob das was... Ja, ne, das lass ich lieber erstmal sein. Bevor ich wieder da irgendwas verspreche, weil ich nicht halten will. Packen wir mal lieber die Magie aus hier. Auch wenn ich jetzt so spontan nichts gefährliches entdecke auf den ersten Blick, aber man weiß ja nie. Also wir müssen jetzt Schlüssel finden, wenn ich das richtig sehe. Kommt denn jetzt auch irgendwas? Na, nehmen wir dich. Komm. Boah, sind wir schon so krass stark? Das ist ja geil. Die Varans werden einfach mal so weggepustet hier. Finde ich nett, dass die in so einem Kreis hier stehen. Ist das eine Bedeutung oder hat sich da einfach einer gedacht, pff, machen wir mal so. Vielleicht sind die auch um den Dungen von den Varanen rumgewachsen, wer weiß. Da drüben ist noch so ein Tempelwächtervieh. Dass der sich mit den Varans, Varanen nicht kloppt. Das ist ja wohl lächerlich. Aber hier, also ich finde Saturas jetzt so spontan nicht. Allerdings ist halt die Frage, wie kommen wir an die Schlüssel? Hm... Moment, da habe ich da irgendwas gesehen? Ja, eine Ruine. Wow. Krass, der Sheet. Na, la, la, la. Ja, komm. Packen wir halt mal die Schwerter aus. Wir sind hier halt jetzt gerade in so ein Skelett-Dinge reingerannt. Haben wir jetzt nur noch die zwei Mumien da? Ich habe gedacht, das wäre ein Zombie. Na ja, gut. Vielleicht war das einer auch ein Zombie. Oder ist. Nö. Also mir soll es ja egal sein. Also hier weiß ich nur schon mal, Saturas Finn hält sich hier nicht auf. Würde ich jetzt einfach mal so spontan annehmen wollen. Ich glaube, ich entscheide mich gerade wieder da hoch zu gehen. Und mal mit dem Kerl zu sprechen. Auch wenn es gegen meine Prinzipien ist. Aber ich werde das einfach vorher abspeichern, dann geht das schon. Kann doch jetzt nicht so schwer sein, hier einfach zu sterben, oder? Ach, die Viecher lassen mich einfach in Ruhe, das ist cool. Also bis auf die zwei Toten da, dass die mich in Ruhe lassen, ist jetzt nicht so verwunderlich. Aber, dass hier niemand mehr ist, das wundert mich. Ja, nochmal hier in die Richtung. Ich denke mal, das ist das Tor, ne? Da oben könnte noch was sein. Das könnte da oben so eine... Rebellenburg oder Nomadenburg, was auch immer sein. Oder Tote, das ist auch gut. Ne, keine Ahnung. Aber die Orks aus dem Weg räumen, hört sich schon mal nett an. Oh ja. Das sind keine Rebellen. Was das ist, weiß ich. Stirb, Fetty. Was? Zack. Zack. Noch mehr davon. Aber selbst drei davon sind eigentlich kein Problem, wenn ich den treffe. Ansonsten, weil wenn die treffen, dann fügen die schon einiges an Schaden zu. Obwohl meine Rüstung so cool ist. Welche ist das nochmal? Das ist die mittlere, glaube ich, ne? Ah, ne, ist sogar die Schwere mit 60, 60, 80. Ja, ohne die Rüstung wären wir wahrscheinlich tot, würde ich jetzt mal so spontan annehmen. Weil der hat ja schon ganz schön Schaden reingeklöppelt, ne? Sah zumindest eben schwer danach aus. Rubin-Klinge, ja, Gold, ja, ja. Ja. Alles nicht so schlecht. Sandcrawler. Und auch die kriegen wir mit unserem Mana tatsächlich kalt gestellt. Das ist ja gut. Auf sich zu bewegen. Na, hier sind tatsächlich nur Biester. Na, komm her. Alter, wir machen aber auch einen Schaden mit der Klinge. Sehr nice. Gut, also ich finde hier niemanden. Da müssen wir das mal ausprobieren. Mal, da sind Viechers. Und hier drin. Hier geht's wieder zu den... Ah, ne. Oh, Tatsache. Onatas. Nomade, 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 Nomade. Ich glaube, die würden uns helfen. Einfach nochmal speichern. Und bevor wir jetzt hier Rebellionspläne schmieden, würde ich sagen, was haben wir hier unten noch? Den Spielstand. Den können wir nochmal überschreiben. Dann lassen wir den nämlich einfach mal da unten, damit, falls irgendwas passiert, wir den noch haben. Oh, okay. Der redet gar nicht mit uns. Das finde ich immer merkwürdig. So. «